Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von EagleEyes. Heute möchten wir euch einen Monitor für Grafiker und ambitionierte Fotografen vorstellen. Dieser Monitor kommt aus dem Hause BenQ und trägt die Bezeichnung SW2700PT. Ein Dank gilt hier an BenQ für die freundliche Wertestellung. Mit einer Größe von 27 Zoll und einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln bietet er eine optimale Größe. Zudem gibt es eine praktische Blendschutzhaube, die Umgebungslicht und Reflexion reduziert. Oben rechts am Karton sehen wir ein BenQ Logo und den Hinweis, dass es sich um einen Color Management Monitor handelt. Dieser Monitor lässt sich per Hard- oder Software kalibrieren. Zudem haben wir eine 10-Bit-Wiedergabe für eine präzise Farbwiedergabe. Unten haben wir Symbole zu den wichtigsten Features. Besonders zu erwähnen wäre hier die 99% Adobe RGB Farbraumabdeckung. Im Lieferumfang befindet sich selbstverständlich der Monitor samt Standfuß selbst. Diesen haben wir schon einmal vormontiert. Des Weiteren bekommt ihr folgende Dinge mitgeliefert. Eine Blendschutzhaube, die aus vier separaten Teilen besteht, ein Online Factory Kalibrierungsreport, ein Quick Install Guide samt einer Software-CD. Alle wichtigen Kabel sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Und ein OSD-Controller, der ein kabelgebundenes, optionales Bedienteil für den Monitor darstellt. Dies ist äußerst praktisch, da ihr den Monitor so viel komfortabler bedienen könnt. So schaut der Monitor aus, wenn er auf der höchsten Position ausgefahren ist. Und so, wenn er ganz unten ist. Der Standfuß ermöglicht hier einen sehr großen Spielraum, um die Höhe und Neigung passend einzustellen. Von der Seite betrachtet seht ihr, wie flexibel der Standfuß ist. Mit einer Größe von 27 Zoll verbraucht dieser Monitor ca. 46 Watt pro Stunde. Oben am Monitor sowie an der Seite seht ihr das Befestigungssystem für die Blendschutzhaube. An der linken Seite habt ihr die Möglichkeit USB 3.0 Geräte zu nutzen. Praktisch in unseren Augen ist hier der Schacht für eine SD-Karte. Ein wirklich sehr nettes Gimmick. Die Anschlüsse befinden sich an der hinteren Unterseite des Monitors. Die Kabel lassen sich sauber hinter dem Standfuß zum PC führen. So schaut der Monitor mit der Blendschutzhaube aus. Wie ihr sehen könnt, werden jetzt schon die Reflektionen der Softboxen erheblich reduziert. Später am Arbeitsplatz wird der Blendschutz hervorragende Dienste leisten. Oben an der Blendschutzhaube befindet sich eine Öffnung, wodurch ihr euer Kalibrierungstool nutzen könnt, um diesen Monitor nachzukalibrieren. Hier seht ihr das Menü des Monitors. Die Bedingtasten liegen an der Unterseite. Dies ist in Ordnung. Zudem habt ihr die Möglichkeit, diesen Monitor komfortabel am OSD-Controller einzustellen. Eine perfekte Lösung. Der BenQ SW2700PT ist der perfekte Monitor für Grafiker und Bildbearbeiter. Spielen kann man mit diesem Monitor ebenfalls. Jedoch finden wir zum reinen Spielen diesen Monitor einfach zu schade. Durch das sauber strukturierte OSD lässt sich der Monitor sehr komfortabel bedienen. Der abnehmbare OSD-Controller ist hier das Tüpfelchen auf dem i. Praktisch ist hier die Möglichkeit der Hard- und Softwarekalibrierung. Überzeugt hat uns zudem die Qualität der Darstellung. Diese ist wirklich hervorragend. Sowie die Tatsache, dass ein stabiler Blendschutz direkt beiliegt und nicht separat erworben werden muss. Für einen Preis von rund 700 Euro ist der BenQ SW2700PT der günstigste 27 Zoll Monitor mit Hardwarekalibrierung. An dieser Stelle möchten wir uns erneut bei BenQ für die freundliche Teststellung bedanken. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Den Link zur Firmen-Homepage und weitere Informationen zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox. Bis zum nächsten Mal, Euer Igles Team.